Stefan Raab ist zurück Mit dieser waghalsigen Show feiert er sein Comeback Köln, im vergangenen Jahr hatte RTL dem Konkurrenten ProSieben die Übertragungsrechte für die Spiele der National Football League, NFL, abgeluchst Seitdem steht vor allem der Sonntag im Zeichen des ovalen Lederballes Daher gibt es nun vor dem Super Bowl ein neues Event Denn am 11. Februar werden erstmals vier Mannschaften mit insgesamt knapp 30 Prominenten aus ganz Deutschland um eine Football-Trophäe spielen Die Westside-Wessis, die Eastside-Assis, die North Coast-Nordis und die Southside-Smoothies treten bei American Football on Ice mit profillosen Bowlingschuhen und Football-Schutzbekleidung zum Titelkampf an Produziert wird die Live-Show aus der SAP Arena Mannheim von Stefan Raab, 57, und zudem in Kooperation mit Breenpool umgesetzt Moderiert wird das Show-Ereignis von keinem geringeren als Entertainer Elton, 52 Und auch der Kommentator ist unter Football-Fans kein Unbekannter NFL-Fachmann Frank Buschmann, 59, wird am Mikrofon zu hören sein Ebenfalls dabei als Field Reporterin, Mona Stevens, 31 Sie ist normalerweise NFL-Expertin beim Kölner Privatsender und ist normalerweise als Quotaback beim Frauen-Football-Team Saarland Lady Kennes sowie der deutschen Frauen-Football-Nationalmannschaft aktiv Zahlreiche ehemalige Sportstars in Mannheim am Start Zahlreiche Promis wagen sich in Mannheim auf das Eis, wenn es um die Football-Trophäe geht Neben den früheren Fußballstars Elton, 50, Kevin Großkreutz, 35, und Thorsten Legat, 55, sind auch die ehemaligen Turner Marcel Nguyen, 36, Philipp Boy, 36, und Fabian Hambüchen, 36, am Start Ebenfalls ihre Eislaufkünste unter Beweis stellen wollen die Handball-Weltmeister von 2007 Pascal Henz, 43, und Michael Mimi Kraus, 40 адц ober 17, und zum nächsten Semino 일이 Ebenfallsreiche separates Cumpeas recht gesteigt Ebenfalls bol